Du warst schreit! Billy! Was ist denn, William? Er sagte, sie sind da! Nein, sie sind nicht! Aber okay, es ist mittlerweile, lasst mich checken, 7.54 Uhr. Das heißt, es ist gleich um 8 Uhr. Mein Bus kommt ungefähr in 40 Minuten. Das heißt, ich habe noch Zeit, um Frühstück zu essen. Und dann mache ich los in die Schule. Let's see! Was gibt es hier im Kühlschrank? Oh, ich gehe mit Orangensaft! Nice! Arnie, da du bist! Komm in! So, Schule überstanden. Kommen wir jetzt nach Hause, werden was zu essen machen. Werden dann diesen Tag aufregend weitergestalten. Ich hatte noch keine Ahnung wie, aber mir wird schon was einfallen. Und dann ist alles bestens. Und schaut mal bitte, was ich hier habe. Richtig gut, Leute. Feinster Schokoladenkuchen. Das heißt, das Leben ist gut. Draußen scheint die Sonne. Könnte kein besserer 4 Uhr Nachmittag in Minnesota sein. Und ich bin ready für was immer auch kommen mag. Was würdest du heute machen? Ähm, ich habe gedacht, um eine Fahrrad zu gehen. Oh, okay. Also würde das gut sein? Würdest du mit mir kommen? Oder? Ich würde wahrscheinlich nicht für lange fahren. Vielleicht nur ein bisschen, um draußen zu gehen. Ha! Zumindest weiß ich die Kombination schon mal. Das ist was Gutes. Das ist das gute Ding. Ich werde jetzt versuchen runter zu dem See zu fahren und dann ein bisschen den Tag zu nutzen, während es noch warm ist. Und hoffe, dass ich einen guten Platz finde, wo ich einfach ein bisschen rumliegen kann und in der Sonne chillen kann. So viel zum Thema Sommer. Es ist zwar warm, wenn du hier in der Sonne sitzt, aber weil ich den ganzen Weg runter den Hügel fahren muss, weil der See dort unten ist, heißt es, dass mir die ganze Zeit die kalte Luft an sich ins Gesicht bläst. Und ich mit dem Rennrad halt etwas schneller fahre und es ist einfach echt kalt. Ich habe nur diesen leichten Windbreaker an, aber viel Wind tut er nicht breakend. Deswegen musste ich mich mal kurz aufwärmen hier. Aber die Aussicht ist echt schön. Dort hinten ist der See, da ist ein Kindergarten. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal weitermachen, damit ich unten ankomme. Und dann werde ich versuchen, unten einen schönen Platz wie diesen zu finden und einfach ein bisschen in der Sonne zu sitzen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es dann ist, den ganzen Weg wieder hoch zu gehen, weil ich dann den Hügel wieder hoch muss. Und ich weiß nicht, ob das dann kalt wird oder mega warm, weil ich mir einen Abschwitze dort hoch zu treten. Aber wir werden sehen. So, ich habe es geschafft. Ich bin am See. Und ich bin noch nicht ganz eingefroren, aber fast. Ich habe jetzt einfach dazu entschlossen, mein Fahrrad anzuschließen und ein bisschen zu laufen. Ich weiß nicht, ich wollte mich nicht irgendwo hinsetzen und einfach nur rumsitzen. Sondern ich werde ein bisschen laufen und mal schauen, wie weit ich gehe. Und dann zurückgehen und wieder hochradeln und versuchen, das Ganze zu überleben. Und nicht zu sterben auf dem Weg nach oben, diesen megastellen berghoch. Aber das wird schon klappen, hoffentlich. Nur zur groben Orientierung. Ungefähr dort hinten ist Downtown. Das heißt dort, wo zum Beispiel Raphael und seine Band spielt. Oder wo ich mit meinem Bus immer lang fahre. Oder wo all die Geschäfte sind, bla bla bla. Dann ist da die Brücke. Und irgendwo da hinten. Vielleicht irgendwo dort hinten. Wo ein Chip und Cathy. Das heißt, ich hatte es echt nicht weit bis direkt in die Stadt. Und natürlich direkt an den See. Und ich vermisse es natürlich schon ein bisschen nach hinten zu wohnen. Einfach alles so nah am See war und die Location einfach so gut war. Aber ich bin nicht wirklich traurig, weil es ist ja von Anfang schon klar gewesen, dass ich wieder weg muss. Und irgendjemand hatte mich gefragt, ob ich es nochmal erklären könnte, warum ich umgezogen bin. Weil sie es einfach nicht verstanden haben. Und ich glaube, ich habe es auch nicht wirklich richtig gut erklärt. Und zwar mit der Organisation, mit der ich hier in Amerika bin. Die haben vorgesehen, dass du alle drei Monate deine Gastfamilie wechselst und insgesamt drei Gastfamilien hast. So dass du einfach eine andere Sichtweise auf alles bekommst. Und durch die anderen Familien dann einfach andere Erlebnisse auch hast. Alle drei Monate wächst du wieder deine Gastfamilie. Und ich hatte die erste und die dritte Gastfamilie dieselbe. Das heißt, ich bin wieder bei meiner ersten Gastfamilie zurück. Und das heißt auch, dass die letzten drei Monate eingeläutet sind. Das heißt, heute ist der 11. April und am 22. Juli werde ich zurück nach Deutschland fliegen. Das heißt, April, Mai, Juni, Juli. Es sind noch gut vier Monate, nicht drei. Aber trotzdem, es wird einfach immer, immer kürzer und die Zeit verfliegt so schnell. Oh mein Gott, das macht mir richtig Angst. Okay, jetzt heißt es, wieder zurück zu gehen. Ich werde die Kamera diesmal in die Tasche packen. Einfach als einfaches Fahrrad zu fahren, ohne das Ding vorne am Lenker. Gott, ich hatte so recht, es ist so anstrengend diesen Berg hoch zu fahren. Mir ist so warm und außerdem ist es anstrengend. Gott, verdammt. So, ich mache euch jetzt gerade ein bisschen fertig, weil... Wow, das war mein Handy. Weil wir jetzt gleich Bowling spielen gehen. Und zwar hat William einen Freund von New York eingeladen. Der ist gerade bei William. Und die gehen zusammen Bowling spielen und die haben mich eingeladen. Das heißt, wir gehen jetzt alle zusammen Bowling spielen. Das heißt, ich mache mich gerade ein bisschen fertig und dann geht es schon los. Hi. Waddup, guys. I'm a huge fan of the vlogs. Oh, thanks, buddy. I won't leave the vlog before I go to sleep. Go, boy! What's up, Coop? Coop, Coop. Coop, Coop. Oh, no, not again! Go, dude. We're Max on Dad. I missed you at lunch today. I missed you too, sweetie. You're like skipping school for the whole week. Yeah. That's awesome. No, I'm sick. I got the sniffies. The sniffies? I got the sniffies. I got the sniffies. What do you think about bowling? I'm really bad at it, but it's fun. Isn't it? Yeah, it's not like another sport where it's like you need to be really good to have fun. With bowling you can be terrible and have a great time. But you were pretty good. In the second one you were better than ours. Yeah, I got one strike and then a bunch of gutters and like four spares. Let's do it. Let's go Koopa, what are you going to do? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda? Okay, I want to see something here. Kung Fu Panda. Be the panda. Woo! Yeah! Oh my god. Look at this dude. Look at him. Wait, I don't have a card though. Just do it for the camera. Let's go Raphael. What are you going to hunt for? I'm going for the moose. For the moose? Right in the head. America! America! Woohoo! You shot a cow! You shot a cow! Moo! William, what are you doing? Ski ball! Let's go. Let's see something. Oh nice. I'll do it again. Yeah, do it again. You got this. You got this. I believe in you. Oh, so close. Almost William. See ya guys. See ya. So, der Tag ist jetzt vorbei. Ich habe den Bowlingdienst geleistet heute und wir waren richtig gut. Zumindest ich war mit Jack und Raphael in einem Team und wir haben richtig, richtig die anderen abgezogen. Und ich habe lange nicht mehr Bowling gespielt. Ich habe es oft als ein Kind gemacht. Als ein Kind habe ich oft Bowling gespielt. Mit Freunden. Immer so zum Geburtstag und so. Aber ich habe es echt lange nicht mehr gemacht. Auch vor Amerika habe ich es, glaube ich, lange nicht gemacht. Es ist mittlerweile, ähm, dreiviertel elf. Ja, es ist wirklich treffend. Ich habe noch nicht mal angefangen, das Video zu schneiden. Das heißt, es wird eine etwas längere Nacht heute. Aber das ist okay. Ich fühle mich nicht mehr so schlimm. Deswegen wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich hoffe, dass ihr gut schlaft oder gut aufwacht. Ich hoffe, dass ihr euch aufpasst und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Du hast das, okay? Du hast das. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Nein. Das war eigentlich ziemlich schlecht. Nein.